Am 24. September 2003 bricht ein junger Mann in das Haus des Uni-Professors Yi Jinsu, der bereits im Ruhestand ist, ein. Der 73-Jährige lebt mit seiner 68-jährigen Frau in Shinsadong, einem sehr wohlhabenden Viertel in Seoul. Das Paar ist bereits zu Bett gegangen, als sie von dem jungen Mann, der in ihr Haus eingedrungen ist, attackiert werden. Er sticht dem schlafenden Jinsu in den Hals, womit er ihn tödlich verletzt. Seine Frau, die von der Attacke aufgewacht ist, schlägt er mit einem Hammer nieder. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Am nächsten Tag versucht die Schwiegertochter des Paares, ihre Schwiegermutter telefonisch zu erreichen, da sie an diesem Tag Geburtstag gehabt hätte. Nachdem sich den ganzen Tag lang keiner meldet, macht sie sich Gedanken, aber ihr Mann, der Sohn der Yi's, ist noch auf der Arbeit und sie wohnen ein ganzes Stück weit von Seoul entfernt, so dass sie erst am späten Abend dort ankommen, um nach dem Rechten zu sehen. Als sie ins Schlafzimmer gehen, finden sie die Leichen der Yi's schrecklich zugerichtet vor. Ihre Schädel sind zertrümmert, das ganze Bett und der Fußboden sind voll Blut. Die Opfer zeigen keinerlei Abwehrspuren und die Untersuchung ergibt, dass sie mit einem stumpfen Objekt, das erstmal nicht näher bestimmt werden kann, auf sie eingeschlagen wurde. Das ganze Haus ist zwar auch durchwühlt worden und es fehlt etwas Bargeld, aber es sind auch noch große Mengen Geld am Tatort zurückgelassen worden, genauso wie eine ganze Menge hochwertiger Schmuck, den der Täter nicht mitgenommen hat. Also war Raub nicht das wirkliche Motiv der Tat. Am 9. Oktober bricht der gleiche Mann bei einer weiteren Familie, diesmal in Gugidong, ein und bringt die 85-jährige Mo Kang, deren Schwiegertochter, die 60-jährige Imo und Yi's 34-jährigen Sohn um. Wieder benutzt er den Hammer, um auf seine Opfer einzuschlagen. Yi's Mann, der auf der Arbeit war, entdeckt den schrecklich zugerichteten Tatort wenig später und erklärt vor der Presse, dass er kurz davor war, Selbstmord zu begehen. Am Tatort können dieses Mal Fußspuren des Täters festgestellt werden. Die Polizei sucht zunächst im Umfeld der Opfer nach dem Täter, wie es bei solchen Taten normalerweise üblich ist, aber sie können keinerlei Anhaltspunkte finden. Die Ermittler sind es eigentlich auch gewohnt, bei den Taten ein klares Motiv erkennen zu können. Mit Serientätern, die willkürlich töten, hatte es die Polizei von Korea bislang erst selten zu tun. Zudem ist die wirtschaftliche Situation zu der Zeit sehr schlecht und viele Familien leben an oder unter der Armutsgrenze, während einige wenige Menschen über großen Wohlstand verfügen. Es gibt also wirklich eine Menge Probleme, sodass die Mordfälle als solche, auch wenn sie in der Presse thematisiert werden, erstmal kaum Aufmerksamkeit erregen, da die Leute tatsächlich mit anderen Dingen beschäftigt sind. Dann kommen einige Zeitungen auf die Idee, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte und erregt damit schließlich das Interesse der Bevölkerung, während die Polizei noch darauf beharrt, dass die beiden Fälle getrennte Fälle seien. Doch da sie mit ihrer Methode, die Täter im Bekanntenkreis der Opfer zu suchen, nicht mehr weiterkommen, müssen sie schließlich umdenken. Die Ermittlungen werden verstärkt und es wird nach Parallelen bei den Taten gesucht, die auch schnell gefunden werden, wie die Ähnlichkeit der Verletzungen. Da aber auch die Mordwaffe noch nicht gefunden wurde, rätseln viele Ermittler, was der Täter benutzt haben könnte. Sie gehen wohl von einem Tatwerkzeug ähnlich einem Hammer aus. Einige Ermittler fixieren sich geradezu darauf, die Waffe zu finden. Doch zu dieser Zeit sind sie noch weit davon entfernt, den Täter, bei dem es sich um den 33-jährigen Yu Yangchai handelt, zu stellen. Yu Yangchai wird 1970 in Gu Chang geboren. Er hat zwei ältere Brüder, einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Ein knappes Jahr nach seiner Geburt zieht die Familie nach Mappo bei Seoul. Bereits seit seiner Kindheit leidet Yangchai an Epilepsie, genauso wie sein Vater und auch sein jüngerer Bruder. Sein Vater ist wohl recht häufig betrunken und gibt viel Geld für Glücksspiele aus. Etwa 1985 verlässt er seine Frau und seine Familie. Yangchai ist zunächst eigentlich ganz gut in der Schule. Besonders im Sport ist er erfolgreich und belegt verschiedene Disziplinen, wie Leichtathletik und Kugelstoßen. Außerdem ist er künstlerisch ziemlich begabt und träumt davon, Maler zu werden. Die Kunsthochschule, bei der er sich bewirbt, lehnt ihn allerdings ab, da beim Aufnahmetest festgestellt wird, dass er, obwohl er so gut zeichnen kann, farbenblind ist. Dass er nicht von der Kunsthochschule aufgenommen wird, ist natürlich eine große Enttäuschung für ihn. Stattdessen studiert er ab 1988 an einer technischen Hochschule. Allerdings hat er dort wohl große Probleme, sich anzupassen und nach acht Monaten stiehlt er 23.000 Won von seinem Nachbarbewohner. Im Jahr 1991 wird er erneut beim Diebstahl erwischt. Dafür muss der zu dem Zeitpunkt 18-jährige Yangchai für zehn Monate in den Jugendarrest. Damit er seine Strafe absitzen kann, wird er dafür vom Militärdienst befreit. Nach seiner Zeit im Gefängnis beginnt Yangchai, sich selbst dafür zu interessieren, Polizist zu werden. Doch auch hier scheitert er wieder bei der Aufnahmeprüfung, da er Epilepsie hat und farbenblind ist. Er ist extrem frustriert. In Folge beginnt er damit, sich gelegentlich als Polizist auszugeben, um von anderen Leuten Geld zu erpressen. Irgendwann um diese Zeit herum verstirbt sein Vater, wohl im Zusammenhang mit seiner Epilepsie. Im Jahr 1993 heiratete er eine junge Frau namens Wang. Doch bereits kurz nach seiner Hochzeit muss er erneut für acht Monate wegen Diebstahl ins Gefängnis. Im Jahr 1994 bekommt das Paar einen Sohn. Im gleichen Jahr stirbt Yangchais jüngerer Bruder vermutlich ebenfalls durch einen epileptischen Anfall. 1995 bekommt Yangchai eine Geldstrafe, da er illegal mit Pornos gehandelt hat. Und im Jahr 1998 muss er mal wieder ins Gefängnis. Dieses Mal für ganze zwei Jahre, wegen Diebstahl und Betrug. Fast direkt nach seiner Entlassung begeht der mittlerweile seit elf Jahren verheiratete junge Familienvater einen Übergriff auf eine minderjährige Schülerin und vergewaltigt sie. Doch sie kann sich von ihm befreien und fliehen. Da die Familie des Mädchens direkt Anzeige erstattet, kann Yangchai kurz darauf festgenommen werden und muss dieses Mal für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Während er in Haft ist, reicht seine Frau die Scheidung ein. Nach seiner Entlassung zieht er also erstmal zu seiner Mutter, die immer noch in Mappo bei Seoul wohnt. Dass seine Frau ihn verlassen hat, beschreibt er später selbst als ziemlich schlimm und als Mitauslöser für seine Taten. Auch sieht er seinen Sohn im Prinzip gar nicht mehr, da seine Ex-Frau mit ihm aus Seoul weggezogen ist. So kommt es schließlich, begründet durch seinen Frust über die Scheidung von seiner Frau und seinem sowieso schon lange vorhandenen Hass auf die wohlhabende Gesellschaft zu den ersten bereits beschriebenen Taten. Die erste Tat, den Mord an dem Paar aus Shinsadong, begeht er nur 13 Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Und die beiden bisherigen Taten waren auch nur der Anfang. Am 16. Oktober dringt er in die Wohnung einer 69-jährigen Frau in Gangnam ein und tötet sie, ebenso wie die Opfer zuvor, mit einem Hammer. Auch hier hinterlässt er Fußspuren und die Ermittler stellen fest, dass es sich um die gleichen Abdrücke handelt, die der Täter auch am Tatort der Familie in Gugidong zurückgelassen hat. Somit ist die Theorie des Serientäters nun bestätigt. Am 18. November bricht Yangchai in ein Haus in Yongnu ein und tötet dort eine 87-jährige Frau und ihre 57-jährige Haushälterin. Danach zündet er das Haus an, was die Spurensuche der Polizei stark erschwert, die aufgrund des Brandes zunächst Probleme haben, überhaupt die Opfer zu identifizieren. Bisher sind alle Taten in wohlhabenden Vierteln verübt worden. Die Polizei beginnt, sämtliche Handydaten aus der Umgebung der Morde auszuwerten und versucht, alle betreffenden Handybesitzer zu überprüfen, was eine sehr mühsame Arbeit ist. In der Nähe des Hauses einer der Familien ist ein Firmengelände mit einer Überwachungskamera. Darauf ist kurz nach dem Tatzeitpunkt ein Mann zu sehen, der vorbeiläuft. Die Angehörigen der Opfer sehen sich die Kameraaufnahme mehrfach an. Aber der Mann ist nur von hinten zu sehen, so dass sie nicht sagen können, ob sie ihn kennen oder nicht. Doch dann fällt einem der Angehörigen etwas auf. Der Mann auf der Aufnahme trägt die Jacke eines der Opfer. Er ist sich hundertprozentig sicher. So hat die Polizei endlich eine Aufnahme, die definitiv den Täter zeigt, wenn auch nur von hinten. Sie errechnen seine Größe anhand der Aufnahme auf 1,68 Meter und schätzen ihn etwa auf 30 bis 40 Jahre. Eigentlich wollen sie die Aufnahmen nicht für die Öffentlichkeit freigeben, da sie befürchten, der Täter könnte danach seine Taktik verändern und seine Taten nicht mehr so leicht zuzuordnen sein, womit sie nicht ganz falsch liegen. Da sie aber sonst immer noch keine weiteren vielversprechenden Hinweise haben, außer dem Abdruck der Schuhe des Täters, ist eine Veröffentlichung der Bilder eigentlich das Einzige, was sie zu dem Zeitpunkt noch tun können, um überhaupt irgendwelche Informationen zu bekommen. Obwohl die Ermittler keinerlei Erfahrung mit einem Serientäter haben, haben sie sich schnell recht gut organisiert und setzen alles Mögliche in Bewegung, um endlich einen Durchbruch zu erreichen. Aber auch nach der Veröffentlichung der Aufnahmen der Überwachungskamera gibt es erstmal keine entscheidenden Hinweise und die Tatserie stoppt vorübergehend. Einige Monate sind seit der letzten Tat vergangen und wie von den Polizisten befürchtet, ändert Yang Chai sein Tatmuster. Dies liegt aber nicht daran, dass die Polizei die Fotos der Überwachungskamera veröffentlicht hat, sondern daran, dass Yang Chai im Dezember, also kurz nach der letzten Tat, eine Frau kennengelernt hat, die mit ihm zusammengekommen ist. Dies bringt ihn dazu, zumindest kurzzeitig die Tatserie zu unterbrechen. Er wohnt auch nicht mehr bei seiner Mutter, sondern hat wieder ein eigenes Apartment. Doch nur wenige Monate, nachdem er seine neue Freundin kennengelernt hat, erfährt sie von seinen zahlreichen Gefängnisaufenthalten und auch von der Vergewaltigung des Mädchens. Sie verlässt Yang Chai daraufhin sofort. Bislang hat er seinen Hass auf die reiche Gesellschaft ausgelebt, doch die junge Frau, die ihn gerade verlassen hat, ist beruflich als Escortlady tätig. Von nun an bricht er also nicht mehr in die Häuser von wohlhabenden Menschen ein, sondern beginnt, sich seine Opfer überwiegend im Rotlichtmilieu zu suchen. Am 15. März bringt er eine 23-jährige Prostituierte in Shinshon um, die er in eine abgelegene Gegend mitnimmt und dort mit einem Messer attackiert. Ihre Leiche lässt er an den Bahngleisen in der Nähe zurück. Am 14. April fragt er den Straßenhändler Ji Sun, der mit CDs handelt, ob er Drogen von ihm kaufen könne. Unter diesem Vorwand begleitet Yang Chai Ji Sun in seinen Lieferwagen. Dann behauptet er, er wäre ein verdeckter Ermittler und würde ihn jetzt wegen Verdachts des Drogenhandels festnehmen. Er legt Ji Sun Handschellen an und attackiert ihn dann mit einem Messer. Er denkt zunächst, er hätte ihn bereits getötet und fährt mit ihm unter dem Rücksitz in dessen Lieferwagen los. Doch Ji Sun lebt noch und versucht Yang Chai während der Fahrt zu attackieren. Er stoppt den Wagen und erschlägt Ji Sun mit seinem Hammer. Seine Leiche lässt er im Bezirk Wolmido in seinem Lieferwagen zurück, den er dort anzündet. Von den Überresten seines Opfers können nach dem Feuer keinerlei Spuren mehr gefunden werden. Wie an Se Jam, ein Bruder des Opfers, berichtet, begehen ihre anderen beiden Brüder kurze Zeit später Selbstmord, da sie mit Jasons Ermordung nicht klargekommen sind. Auch Se Jam wollte sich umbringen und ist aus dem zweiten Stock seines Hauses gesprungen, hat sich aber dabei lediglich am Fuß verletzt. Die beiden vorherigen sind die einzigen beiden Morde, die Yang Chai draußen beziehungsweise in Fahrzeugen begeht und anscheinend ist ihm nicht ganz wohl bei der Sache, denn er ändert seine Methode gleich wieder. Am 7. Mai, am 1. Juni, am 17. Juni und am 23. Juni tötet er jeweils eine Prostituierte aus der Region Chinchon. Er kontaktiert wohl die Frauen telefonisch, wie auch die meisten anderen Kunden und holt sie dann am vereinbarten Treffpunkt ab. Er nimmt sie zunächst in seinem Auto mit in seine Wohnung, was keiner der Frauen irgendwie verdächtig vorkommt. Die meisten Kunden nehmen sie ja mit nach Hause oder in ein gemietetes Zimmer. Sobald die Frauen dann in seinem Apartment sind, attackiert er sie brutal mit dem Hammer. Er schändet die Leichen, was ihm ein Gefühl der Kontrolle verleiht. Er köpft jede Leiche und lässt die Köpfe der Leichen ausbluten. Er verspeist auch die Leber in mehrerer seiner Opfer. Die Überreste vergräbt er in Plastiktüten eingepackt auf einem Waldgrundstück. Er scheint nun gezielt Opfer auszuwählen, bei denen er davon ausgeht, dass ihr Verschwinden nicht allzu viel Aufmerksamkeit erregen wird. Tatsächlich sind viele der ermordeten Frauen nicht als vermisst gemeldet worden. Also die Polizei bekommt schon mit, dass immer mehr Frauen, die als Eskortdamen tätig sind, verschwinden, aber in den meisten Fällen ist es sehr schwer, konkrete Infos zu bekommen, wer genau die Frauen sind und wo sie zuvor gelebt haben. Die Bordellbesitzer möchten ja nicht selbst wegen ihres Businesses ins Visier der Ermittler geraten. Die Polizei steht zunehmend mehr unter Druck. Ihnen ist klar, dass der Täter erneut zuschlagen wird, doch trotz verstärkter Polizeistreifen, die zu Fuß und auch in Fahrzeugen in gefährdeten Gebieten unterwegs sind, wissen sie, dass sie die Frauen nicht wirklich schützen können, die ja von ihren Kunden irgendwo hin mitgenommen werden. Während er selbst unvorstellbare Taten begeht, beschreibt Yang Chai später, was für ihn selbst der schlimmste Moment während all seiner Taten gewesen ist. Einmal klingelt das Telefon, als er gerade dabei ist, eine Leiche zu zerteilen. Sein Sohn ist am Apparat. Yang Chai ist es bewusst, dass man die Aufregung in seiner Stimme hören kann, als er seinem Sohn antwortet, der daraufhin zu ihm sagt, Papa, bist du noch erkältet? In dem Moment hätte er gedacht, dass sein Sohn über alles Bescheid wüsste. Doch dieser Schreckmoment hält ihn nicht davon ab, weitere Taten zu begehen. Am 1., 3., 9. und 13. Juli bringt er jeweils eine weitere junge Frau um. Schließlich gerät ein bestimmtes Bordell in den Blickpunkt der Ermittler. Der Besitzer des Ladens war selbst bis vor wenigen Jahren Polizist, hat seinen Job dann aber aufgegeben und ist Zuhälter geworden. Naja, jedenfalls erhält er einen Anruf eines Kunden, der merkwürdigerweise unter einer Telefonnummer, die der Besitzer kennt, bei ihm anruft. Es handelt sich um die Handynummer einer der verschwundenen jungen Frauen. Da der Kunde von dieser Nummer aus angerufen hat, vermutet der Bordellbesitzer, er könnte etwas mit dem Verschwinden der Frau zu tun haben. Die Polizei kann nun den Standort des Handys ermitteln, von dem aus der Mann angerufen hat, und beginnt, ihn zu observieren. Am 15. Juli wird er am Bahnhof Yongdong festgenommen. Er sagt zu den Polizisten Sachen wie, Zitat, Bei seiner Vernehmung geht er dann im Kopf durch, wie viele Personen er getötet hat und macht eine Strichliste davon. Obwohl er im Prinzip schon zugegeben hat, für die Taten verantwortlich zu sein, kann die Polizei Yangchai die Taten zunächst nicht nachweisen und aufgrund seines Verhaltens kommen einigen der Ermittler Zweifel. Sie haben wohl einen hochaggressiven Täter erwartet und Yangchais freundliche, ruhige Art irritiert sie. Ein Ermittler wundert sich über seine normale Erscheinung und ist komplett verwirrt, als Yangchai einmal die Gelegenheit nutzt, auf der Polizeistation fröhlich mit einem Hundewelpen zu spielen. Dann begeht die Polizei einen ernsthaften Fehler und lässt Yangchai ohne Handschellen oder irgendwas auf dem Flur der Polizeistation alleine. Natürlich nutzt er die Gelegenheit zur Flucht und eine nervenaufreibende Suche der Polizei beginnt. Der leitende Ermittler kann es kaum glauben, dass der Mann, nachdem sie so lange gesucht haben, geflüchtet ist. Doch sie haben wahnsinnig viel Glück. Einige Polizisten sehen ihn zufällig am Nachmittag des nächsten Tages, als er gerade in Yongdang die Straße überqueren will. Nach einer kurzen Jagd auf der Straße kann er überwältigt werden. Dieses Mal teilt er der Polizei mit, Zitat, Ihr werdet nicht glauben, wer ich wirklich bin. Ihr seid kein Match für mich. Er erklärt stolz vor den Fernsehkameras, die nach Yangchais Sichtung in Rekordzeit vor Ort waren, dass er der Täter ist. Auf die Frage nach seinem Motiv sagt er, Zitat, Frauen sollten sich nicht wie Schlampen verhalten und die Reichen wissen schon, was sie getan haben. Dann geht die Suche nach Beweisen weiter. Denn obwohl Yangchais einige der Taten bereits gestanden hat, hätte er noch die Möglichkeit, dieses Geständnis vor Gericht wieder zurückzuziehen. Auch behauptet er, nichts mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun zu haben, deren Handy er offenbar für den Anruf benutzt hat, während er über andere Taten bereitwillig Auskunft gibt. Zum Beispiel wollte er bei seiner zweiten Tat eigentlich ins benachbarte Haus eines Anwalts einbrechen, ist dann aber nicht hineingekommen, so dass er sich spontan für das Haus nebenan entschieden hat, wo er Großmutter, Mutter und Sohn getötet hat. Bei der ersten Tat auf den Uniprofessor und seine Frau verlässt er den Tatort durch die Haustür und zieht sie ins Schloss. Dann bemerkt er, dass er sein Messer am Tatort vergessen hat und bricht erneut in das Haus ein, um es zu suchen. Auch hat er inzwischen verraten, wo er die Überreste seiner zahlreichen Opfer vergraben hat. Eine Ermittlerin schafft es tatsächlich, von jeder der teilweise seit Jahren verrottenen Leichen, die ja in Plastiktüten steckten, Fingerabdrücke zu nehmen, was ihre Kollegen zuvor nicht für möglich gehalten haben. So können schließlich alle der Überreste zweifelsfrei identifiziert werden und die Opfer stehen eindeutig fest. Auch Yang Chais Wohnung wird genau untersucht. Sie ist extrem sauber und ordentlich und alles ist frisch geputzt. Also setzen die Ermittler Dominol ein, somit sie auch nach dem Reinigen noch Blutspuren im Dunkeln sichtbar machen können, die dann blau leuchten. Yang Chais komplettes Badezimmer ist übersät mit blauen Flecken und Spritzern. Besonders schlimm sieht die Decke aus. Die Ermittler finden in seiner Wohnung endlich das lange gesuchte Mordwerkzeug. Es ist ein selbstgemachter Vorschlaghammer, an den Yang Chai einen anderen Griff angebracht hat, der perfekt seiner Hand angepasst ist. An dem Hammer kann die DNA eines der Opfer festgestellt werden. Außerdem fällt den Ermittlern ein Toilettenpapierhalter auf, der an einer Ecke des Wohnzimmers von der Decke hängt. Yang Chai erklärt, dass er daran die abgetrennten Köpfe seiner Opfer aufgehängt habe, um sie ausbluten zu lassen. Deswegen seien auch die Haare aller seiner Opfer zusammengebunden gewesen, weil er die Zöpfe irgendwie in den Toilettenpapierhalter eingeklemmt hat. Bei einem Verhör erklärt er, dass er während der Tatserie mehrfach ernsthaft darüber nachgedacht hätte, auch seine Ex-Frau zu töten, doch er hätte sich immer seinem Sohn zuliebe dagegen entschieden. Die Polizei ist dafür verantwortlich, dass Yang Chai immer sein komplettes Gesicht verdeckt hat, wenn sie ihn zu Terminen bringen. Warum sie ein solches Geheimnis um das Aussehen des Täters machen, geben sie nicht bekannt. Als er zu einem seiner Prozesstermine gebracht wird, durchbricht die Mutter eines seiner Opfer die Polizeiabsperrung, stürmt auf Yang Chai zu und beginnt, ihn und die Polizei anzuschreien. Sie ruft, wenn der Täter bereits nach den ersten Taten gestellt worden wäre, würde ihre Tochter noch leben. Die Polizisten reagieren sehr unprofessionell. Sie werfen die Frau zu Boden, wo sie von mehreren Polizisten getreten wird, bevor sie abgeführt wird. Der leitende Ermittler entschuldigt sich später für das Verhalten seiner Kollegen bei diesem Zwischenfall und sagt, der Regenschirm, den die Frau in der Hand gehalten hat, wäre für eine Waffe gehalten worden. Ein Reporter, der den Täter befragen durfte, äußert, er wirke stolz auf seine Taten und darüber, dass über ihn in der Presse geredet wird. Er hat insgesamt 20 Menschen in nur 10 Monaten getötet. Dafür wird Yang Chai am 13. Dezember 2004 zum Tod verurteilt. Bereits seit 1997 ist in Südkorea allerdings kein Todesurteil mehr vollstreckt worden. Yu Yang Chai sitzt nach wie vor in der Todeszelle. Er ist mittlerweile 51 Jahre alt. Im Gefängnis ist er bereits mehrfach aufgefallen, da er Aufstände gegenüber den Wertern provoziert hat. Offenbar wird bei ihm Schizophrenie festgestellt, so wie eine starke psychopathische Persönlichkeitsstörung. Als er auf andere Serientaten angesprochen wird, wie zum Beispiel die berüchtigten Wasong-Serienmorde, die damals noch ungelöst waren, sagt er im Jahr 2006, dass er davon ausgeht, dass der Täter entweder tot oder im Gefängnis sei. Wenn er in Freiheit sei, hätte er nicht einfach so aufgehört zu töten. Im Jahr 2019 wird Yi Chun-Jae, ein Mann, der bereits seit Jahren für den Mord an seiner Schwägerin im Gefängnis sitzt, den Wasong-Serienmorden überführt. Habt ihr von weiteren Serienmördern in Korea oder auch in China gehört? Lasst mir gerne einen Kommentar da, falls euch ein bestimmter Fall interessiert. Lasst natürlich auch gerne alles, was euch zu diesem Fall einfällt, unten in den Kommentaren. Falls ihr meinen Kanal über ein Abo und ein Like hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne auf Patreon oder mit einer Kanalmitgliedschaft machen. Den Link dazu findet ihr unter jedem meiner Videos. Es hilft mir vor allem dabei, hier auf YouTube die Kriminalfälle mit allen Details, die dazugehören, wiedergeben zu können, ohne dass ich wichtige Fakten zensieren muss. Und ihr bekommt für eure Unterstützung natürlich auch was, also schaut mal vorbei. Danke fürs Anschauen, bis gleich! Bis zum nächsten Mal.